Wie sehen Sie Alexander Nübel als einer für die Zukunft? Ist er irgendwann so ein legitimer Nachfolger für Manuel Neuer im Team der Nationalmannschaft? Kann er sein, ja. Sind Sie mit den Menschen, die Sie über Manuel Neuer sprechen? Ja, es ist eine große Diskussion in Deutschland. Hoffentlich wird es besser in den nächsten Monaten und Jahren. Es ist auch eine gute Sache, wenn sie so etwas sagen. Ich bin froh, dass ich das hören kann. Aber ich bin nicht Neuer. Ich bin Alexander Nübel. Ich möchte mein eigenes Stil spielen. Und das ist das wichtigste.